hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren episode minecraft wg mit dem meef steve aka daddeling aka steve aka meef und auch dabei ist die ria hallo und zu guter der radamoon was geht es geht es geht ich sag's wo ist mein todespunkt ich suche gerade das endei ich kümmer mich da drum dass wir das einsammeln können wir haben was ihr neues was das denn ich bringe jetzt mal durch ist wieder nach hause muss weit laufen denkt dran nein ich wieso nicht und doch direkt da wo ich als letztes gepennt habe bin habe er muss so weit zurück nach hause laufen ja ich habe ja nicht gepennt ich bin in symptom ja eben also muss soweit wieder hin auch wenn du wieder hinweg willst da will ich ja nicht was ich doch auch wieder jetzt irgendwie du brauchst doch irgendwie ender essence oder irgendwie sowas wolltest du doch ne die spritze nicht dabei an die spritze wollen ich auch ein stein brauchen nur entscheiden war das ein bisschen entstand habe ich 24 ich hätte ein bisschen redstone sammeln können das ist ein bisschen blöd hier gibt es ja alles das end ist mit definitiv zu stressig warum ich nix gut in pfe zu müssen nicht in der version wo man so ewig komisch drücken muss wenn man starten will aber gibt es nicht auch schildkarten schalker da müssen wir in die dinge sein die ja da gibt es auch schalker boxen das nicht in diesen häusern die irgendwo hier sind gibt es irgendwo einen teleporter den wir machen könnten ja gibt es einen teleport den man zum end machen ja wenn man ja sagen oder was ja aber mit rf halt habe ich nicht ja habe ich und ich bin auch voll ne auch besser so wenn du nicht genug energie auf einer von beiden seiten hast verrexte ich habe jetzt drei millionen rf vorgespeichert er kann einer was redstone mitbringen das wäre super das ist doch nicht genug 3 million rf ist das viel kann man nicht genug haben nein ich dachte jetzt habe ich wenigstens ein bisschen zeug und ich bräuchte lapis ist jetzt ein keks in der aufnahme nein doch ist das richtig viel redstone ich darf doch bestimmt was ich habe alle sachen bekommen ich wollte alles andere wäre ja langweilig irgendwo farben zu gehen wenn dann über die meta regeln was ist die key was bringt die key ja wie du wie du mitkriegst weiß dass hier wahrscheinlich niemand das alles und noch viel mehr autos meld da kannst du den stein abbaust hast du stein und kein kabel steine oder wenn du kühlschlägst ne hast du direkt fleisch voll geil wenn du holz fällst damit dann hast du direkt kohle doch müsste eigentlich so sein mit busters schreibt jetzt in die kommentare leute ob es so ist oder nicht und aber diese schalke gebäude diese diese gibt es ja gar nicht nach der zache holzkohle kommt raus die welche gebäude sehen haben keks verdient da gibt es ja nicht die schalker 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 ich rede dir vom fußball was das ist aber nein wir reden nicht über fußball aber das was für minecraft version ist das dann ist das nicht die neueste wahrscheinlich vielleicht ist es dann noch nicht drin ich bin legendarie ich bin legendarie ich bin legendarie ich bin legendarie ich hatte eine kiste gelootet und da kam kam random ring drauf und das ist jetzt so ein ring fort edition case loot rarity legendary provides haste 2 strength 2 resistance 2 ok was ich habe die ganze zeit drauf auch wenn er 0 ja geil ich kann voll schnell zu hauen diese redstone gibt es gerade richtig viel in der produktion also ich brauche jetzt hier von will ist denn das dahinten seid ihr noch im end teilweise oder er hat doch gerade dieses komische konstrukt entdeckt ja da oben das ja hast du ändern wenn einen angeguckt nein aber ich scheinbar hilf mir mal den zu killen den richten hinter dir hilf mir mal die sind so böse das sind für den ender oh was ist das für den enderman wo ist der da so hier wird jetzt energie gespeichert vor noch zwei ach du scheiße ich treffe einfach nicht das ist beim kämpfen guckst halt immer ständig noch andere an da muss aufpassen ja ich habe noch ein herz halt da kommen ich gehe mal eben hoch ja gut ist man aus wie ein portal wie ein schwarzes loch oder sonst was wenn ich richtig sieht das gut aus kann ich dir helfen was ist das mir ist nichts zu helfen wohin wenn du was brauchst sagt bescheid rein rein komm was los mit dem lief das sieht irgendwie nach unendlichkeit aus was los mit euch was muss da rein wir haben wir haben hier irgendwas gefunden so portal mäßig und wir wollen da nicht rein springen was so für die end city vermutlich na das ist das portal für die end city ja einfach reinspringen dann ist man da eine ender berle reinwerfen und dann kommst du zu einem anderen punkt wo so ein teil ist und dann wir kommen und aus wieder weg wieder eine rein schmeißen das ist ja doof bist ein bisschen riskant auch ne also man weiß ja nicht was da auf anderen seite ist ne da ist auf jeden fall bist du safe dann bist du dann auch chorus früchte finden ja aber das ist doch dann die auch da sind die die schalker als ne ja aber die sind nur bei den end tits ja eben auch kein pfeil schießen anschlagsversuch eigentlich nicht wirklich ich reiz mal rüber ich guck mir das mal an was davon ist eigentlich das me eigentlich am ende alle teile liegen hier drin habe ich sowieso gesagt dass du das an den ort wo es eine treppe hoch oder hast du noch bücher ich guck mal eben acht noch mal so viele endermänner rumstehen würden 8 stück aber ich kann ja noch auf jeden fall jede menge machen kein stress nee nee ich dachte nur von vorhin ich wusste nicht mehr was jetzt wie viel aufgesammelt moment habe ich nicht andere welche hier nicht kein ding dann haben die anderen noch welche mit aufgesammelt was denn habe ich kann auch richtig viel also du brauchst bestimmt richtig viele oder ja vermutlich schon ja so müssen wir haben kein umweg bauen willst du sagen hat jemand zuckerrohr doch angebaut ja ich guck mal ein bisschen chaos ab kann das sein was machen wir hier naja wir bauen uns irgendwie sowas das ist ja geil aus gut dann tschüss ich bin drüben ich habe da gerade eine perle reingeworfen ich komme nicht an ist denn dieser mord eigentlich auch aua hilfe twilight forest drin hast du den endermann angeguckt ich glaube nicht also nicht wissentlich hilfe ab so wo bist du ich helfe dir wo bist du aber kann man easy testen ne ja wo ist er jetzt der da ist das ich guck mal eben äh vier vanilla blumen einfach ne alter naja was ist nicht achso hast du schon ja add twilight bei den modzeit gucken hast du noch zu essen mit nicht mehr achso ok so geht es auch bei mir sieht das nämlich gerade richtig kacke aus ja das ist schon mal gut gibt es blöcke also irgendwelche sachen die blöcke quasi verschwinden lassen und wieder herstellen lassen äh also ich will quasi mehr so einen eingang bauen irgendwie einen berg oder so und da eben ein was bringt das was bringt das heute diese blöcke rauscraften und was kann man mit den blöcken machen mir würd jetzt auch nur einfallen wenn du hier den äh Carsten fragen der weiß das Carsten was für blöcke kann man aus den den komischen pflanzen da machen die da aus den korosfrüchten ja das sind diese purple blocks und alles alles klar was auch immer das ist und du kannst auch essen oder kann man das nicht auch essen äh ja du kannst ja essen dann teleportierst du dich aber irgendwo hin nicht so weit entfernt aber hier sind keine city keine keine gebäude musst du suchen kann man nicht so groß sein hier ja manchmal sind die ein bisschen blöd spaziert also das ist leider sehr häufig der fall dass du sehr viel suchen musst bist du halt mal eine end city hast äh ria ich hab noch 38 bücher ok aber hinterher finde ich nicht wieder zurück ne so eben so einen portpunkt wie wir fahren um zurück zu kommen ja das ist halt immer so eine sache das zurückkommen na dann wegpunkt setzen warum ist da denn mein tod noch hier verzeichnet hier bin ich aber gar nicht gestorben aber warte mal das ist alles im end man portet sich quasi nur im end selber ne ein stück weiter hm ah jetzt verstehe ich man müsste sich also gar nicht porten man kann ja auch einfach laufen wenn man oder was bauen sich irgendwo hin ja alter ist das riesig hier ja ja was baust denn da alles hin hi schon was gefunden nein ich geh jetzt auch wieder zurück sonst verlaufe ich mich ich hab ich hab ne versuchung wegpunkt zu setzen ich ja das da vorne machst du noch ne da wird mir jetzt äh ja ja da kommt schon noch ein dach hin ich bin nur am überlegen ob ich da noch ein bisschen Turm hin bauen soll oder nur einen Balkon jetzt da einfach mache dass ich da ein Tor hin baue und ich weiß noch nicht genau hm ok so was wollte ich jetzt machen stimmt ich wollte gucken wie craftet man so nen Heart Container ey das ist ja übelst günstig 4 Herzen außer für 4 halbe Herzen achso wir sind nicht bei Zelda äh man braucht ne giftige Kartoffel rote beetle raw rabbit fake diamond golden apple block of emerald fake diamond ne ein diamond richtigen geil wenn man nicht so viel Essen dabei hat ne richtig ich brauch Fisch ne weil ich würd mir gerne richtig viel Leben machen bist du auch noch hier oder bist du schon abgezogen ich bin jetzt wieder da wo wir Ender Dragon besiegt haben wär ganz cool aber kann ich ja sowieso noch dann später in meinem Labor jetzt spring ich gleich wieder in die richtige Welt wuuuuh küsse ich jetzt erst die End gekriegt ich bin jetzt da reingesprungen ach so ach ja muss ich nen Ladebildschirm sehen hier cool Ladebildschirm lade 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 oh ich bin auch wieder in meinem Bett ja ja gut obwohl ich woanders geschlafen habe jetzt schon durchgegeben das wird eventuell nicht gezählt muss schlafen in einem Bett schlafsack schlafen glaube ich ändert den Spawn nicht bilde ich mir ein ja dann Enderlily wachsen auf Endstone wachsen nur in Dunkelheit wachsen im Hellen? Fragezeichen Enderlilies ich glaub die blühen zumindest nur im Dunkeln auf hast du die wirklich die richtigen Früchte also hast du diese Knospen gemacht? ich hab Enderlily mitgenommen ganzen komm mal zu mir ach da lauf ich grad weg von wo bist du denn? ich bin hinterm Haus hinterm Haus hinterm Haus da irgendwo links da ja da hat's klopft nee tier zu wo bist du denn? hier hier ich hab die Enderlily mitgenommen die kannst du normalerweise anpflanzen das muss doch gehen ja klar kannst du die anpflanzen ganz normal ja einfach auf Endstone du kannst die sogar auf normalen aber auf End wachsen die halt schneller glaub ich deswegen tausche ich bei meinen zwei Linien die ich habe jetzt den Boden aus wo ist es denn jetzt? da hier da die hier da ach so die ja die platzierst du auf Endstone ich weiß sag ich doch aber warum die ich dachte du meinst die sind Chorus Früchte nee geht das um Licht oder nur im Dunkeln oder was weiß ich also ich hab sie bis jetzt nur einmal aufblühen gesehen und das war dann in der Nacht äh schau wir mal Technical bei mir auf Kanal Technical Infinity da hab ich sowas angepflanzt ach du dann kannst du es ja vielleicht auch einfach sagen ich weiß es nicht mehr ich würd mir das Video nicht ankommen ich würd mir das Video nicht ankommen also wie gesagt ich hab meine bei Nacht äh abgeerntet und da war sie sogar noch auf normaler Ernte hey du hast die Projektleitung war eigentlich noch richtig schlecht auf normaler Ernte auf normaler Ernte bei der Lily Farm ich denke man kann die einfach so anbauen irgendwo anbauen oder sowas für dich ja kompliziert unglaublich äh nether nether ich brauche noch eine Kiste fürs End small storage ich brauche eine Lagerkiste eine neue wie baut man die nochmal Lagerkiste indem man vier Kisten nimmt und dann noch Holzbretter und ein Holzgehäuse und das Holzgehäuse macht man mit Brettern, Sticks und Holz Holz ja Holz hab ich ja genug ich und mein Holz 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 also ich hab doch irgendwo ein Holz gehabt jetzt hier wo ist denn mein Beutelchen so dann nehmen wir mal das Holz raus oder hab ich noch mal ins Dein das ist schon mal gut dann packen wir mal Dein das packen wir nicht da rein das passen wir hier so jetzt brauchen wir ein paar Sticks machen wir mal äh 44 Stück so und dann müssen wir die so anrunden und dann ein paar Bretter drum und dann noch mal das Holz alles klar also Sticksil Bretter drum Bretter 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 und noch mal das Holz ja toll sie hab ich alles weggeschmissen weil ich es zu doof war noch mal das Holz mir im Winter hatte also noch mal Sticksil Bretter ja Gibt es irgendeine automatis so Maschinen die automatisch schießen schießen bei Gegnern welche Laserteile oder sowas Kann ich dir net seien, seien. Kann ich dir net seien. Du willst das recht schon nicht. Wir müssen mehr Holz. Mehr Holz. Wir haben da auch ein Holz und wir überziehen schon seit 5 Minuten. Oh, das ist aber schon lange. Ja. Dann würde ich mal sagen, bis der nächste Mal, ne? Ja, okay, 3 Minuten. Bis der nächste Mal. Bis du nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.